Auf 108. Müssen wir auf den Turm aufpassen, dass der uns irgendwie anstrahlen kann oder so? Wahrscheinlich, ja. Wir dürfen... Ja, die haben halt nen Lichtpegel. Oh Gott. Oh fuck. Oh Gott. Aber hier noch nicht, er ist tiefer, glaube ich, oder? Ja. Okay. Oh, das ist spannend. Okay. Oh Gott. Warte, ich geh gleich hin. Nein! Nein, nein, nein! Oh, nein, nein! Nein, hör doch auf! Mann! Oh, der ist irgendwie in der... Okay. Ja, geh... Nein! Scheiße! Ich muss aus der Suchfläche gehen. Oh! Oh! Alles gut. Es hat ja noch ne Chance gegeben, das Spiel. Okay. Ah! Aber ist das eigentlich vorbei? Ne, kann ja nicht vorbei sein, wenn wir rausgehen. Wie gesagt, das Spiel geht zwischen 6 und 8 Stunden, wird von EA angegeben. Deswegen müsste es ein wenig spielen. Aber nur mit dir ist die... Ja, für 99 Euro muss man dann die Erweiterung... Nein! Fuck! Fuck! Das war knapp. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Splitscreen? Äh, Pirate, das geht automatisch. Du brauchst einfach nur einen Freund und dann siehst du beides. Das ist voll cool. Das ist voll geil gemacht. Das geht alles automatisch. Okay, jetzt muss man sich wahrscheinlich irgendwie ausknocken. Okay. Das Geile ist, es braucht halt nur einer von den zwei Leuten. Und wir haben es trotzdem weiße. Ja, jetzt haben wir es beide gekauft, genau. Oh. Warte, ich helfe dir, ich helfe dir. Ja, ist zu spät. Jetzt liegt er. Alles machst du immer alleine. Ja, da liegen immer die Leute flach. Warte mal, das kommt falsch. Bitte dich falsch verstehen. Das kam gerade zu was von falsch. Wir können das Wart. Wir können das Wasser weg. Wir können das Wasser weg. Das ist uns gleich so stark mit. Wir dürfen das Wasser weg. Boah, das ist auch so geil. Aber wir müssen bestimmt irgendwas von denen holen, oder? Warte mal, okay, danke, ist praktisch. Dann siehst du mal, äh, alles, was da ansieht, das ist nämlich das Geil, du musst dich nämlich, du weißt, wie bei WeWare hier, ich weiß noch, ob du da warst. Muss hier das wieder was, ich weiß, ja wirklich jeder was anderes. Und das siehst du halt die andere Ansicht nicht. Und hier kannst du halt sagen, es ist eigentlich egal, wie man spielt, weil du siehst eh beide Ansichten. Aber das wechselt auch mal immer. Manchmal ist da einer auch komplexer und dann dieser kleiner. Was ist das hier? Nimm den Kleiderbügel da aus, nimm's. Carnews. Okay, Kleiderbügel. Wow, Kugler, kann ich warten? Nein. Verdammt, das ist ziemlich hoch. Okay, let's go. Los, komm, los, du schaffst's. Jetzt. Ja, du schaffst's. Oh, nein. Es war so klar. Und wir sind erwischt. Ach, du Scheiße. Ähm. Ja? Hi. Hi. Jetzt müssen wir rennen. Okay. Weg hier. Ach, du Heiliger. Was? Ich hab keine Ahnung, wo lang. Ich weiß es auch nicht. Hier. Ach so, ich bin falsch. Ich bin rechts. Ich hab grad nach links geguckt. Ohohohoho. Raus, raus, raus. Ich muss ein Break von anderen. Ohohohoho, ich muss mich nicht töten. Nicht stoppen. Trust me. Ich hab keine Intention, um zu stoppen. Boah, Alter. Das ist super. Boah, das ist grad voll Action hier. Das Spiel ist der Hammer. Ey, das ist so geil, ganz ehrlich. Und jetzt sind wir auf der Flucht. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft. You know, the back-to-back thing? Yeah, what about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Das find ich voll cool. Ich mag das auch mal, wie das switcht, weißt du? Das ist ja schon lange. Ja, das ist ja jetzt. Das ist ja schon lange. Okay. Komm, weiter geht's. Ich glaub, das wird jetzt auch nicht so schnell enden. Äh, wo müssen wir denn? Okay, ich geh nach oben ran. Ja, wir kommen auf dem selben Weg wieder. Wir haben alles, was wir haben. Wir müssen bemerken. Ach so. Ich geh nicht zurück. Ich muss dich finden, oder? Ja, das hatte ich auch eben. Keine Ahnung. Wir müssen auf dem selben Weg bleiben, wahrscheinlich. Ah, da ritten. Da bist du. Also nochmal übrigens, ich rechts, da Granite, links, im Spiel. Ja, ja, genau. Also im Prinzip bin ich da, wo die Chem ist. Ich meine, Chem ist unten rechts, was nur deinem gesetzt. Äh, oben rechts. Ach so. Na gut, das ist, ich glaub, da ist auch selben raus. Ich denk schon. Geschön. Come on. Und jetzt noch du, Vincent. Los. Oh, shit. Kopp's everywhere. We gotta watch out. Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Okay, da unten ist ein Pfeil. Oh, scheiße. Ah, ist ein Kopp. Ach, du heilige. Oh. Ach, du heilige. Okay, wir müssen im Busch bleiben. Bin voll dabei. In George müssen wir bleiben. Wow. Wow. Oh, der war auch schlecht. Wow. Alter, sind das viele. Alter. Du kannst einfach auf der linken Seite lang gehen. Die ganze Zeit auf der... Oh, okay, darf nicht. Also, links lang ist ganz gut, außer, dass ihr jetzt direkt nach oben seid. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Das ist das Problem. Du... ... bist auch auf meiner Seite. Okay. Ich könnte ja mal auf dich warten. Ich warte mal auf dich. Geh einfach weiter. Also, da links lang bin ich. Und runter. Oh, verdammt. Ich habe einen. Oh, war ich so schrocken. Ich bin hier. Oh, shit. Kogler. Ja, gut, okay. Wenn man es noch mal macht. Ich meine Leo, nicht Leon. Leo. Genau. Leo. Oh, oh. Okay, also einfach links lang. Ist nicht so schwierig. Wir sollten in diesen Bösen schlagen. Er hat die Dämonen mit Pote. Das ist gar nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. So, ich muss warten, bis der weg ist. Bist du auch bei mir? Ich bin irgendwo im Busch. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, das ist immer im Busch. Da ist doch was im Busch. Oh, oh. Oh. Nein, 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 nein. Hi. Bleib stehen. Ach so. Okay. Ah, davon hält nicht. Ah. Alles gut. Kacke. Oh, geht doch nicht. Okay, jetzt runter, ja? Ja, ich bin hier runter. Jetzt wird's nur. Oh Gott, wie soll man das mit den zwei machen? Ah, erledigen wahrscheinlich, ne? Das, ja, es sind zwei Leute. Ja, okay. Wen willst du runter? Ich mach den rechten. Gut, los. Ja, ich war nicht schnell genug. Oh, ich bin nicht hinterhergekommen. Ja, schade. Machen wir nochmal. Ist nicht schlimm. Das ist trotzdem voll. Oh, Speicherpunkt. Okay, dann mach ich. Ich mach den rechten weiter. Bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Oh. Tippen. Oh, fuck. Hab ich, ja, hätt ich machen können. Hab ich nicht. Aber sicher ist halt ein Savepoint. Also, ja, alles gut. Also, die Savepoint sind echt knedig. Also, ja, ja, muss man so und so sagen. Shit. Shit. Nein, das ist alles gut. Ich hab' vielleicht noch mal komplett von vorne gemacht. Ja, wahrscheinlich schon. Wau. Ich dachte, es ist übelst die Katze ziehen, aber nein. Verdammt. Wie viele Töpfe sind hier? Keine Ahnung. Ich schaue mich auf. Ich schaue uns, ist ja irgendwie klar. Ja. Du bleibst in den Schatten und sie werden uns nicht sehen. Wir haben Menschen hier, hier, hier und hier. Und was ist da? Äh, wo willst du hin? Ich glaube, wir müssen hier wachen. Ja. Also, die Seite am Busch. War ich das, oder was du? Ich keine Ahnung. Okay, ich war's. Ich war ein bisschen zu hastig. Gut, Merge, Gefängnisausbruch. Wir wären schon öfters mal tot gewesen. Ja. Man kann aber keine Schwierigkeit übrigens auswählen. Also, das ist... Das stimmt. Einfach so. Also, man konnte keine Schwierigkeit vorher auswählen. Der fährt anders an. Wenn du erwischt warst, fängt das Spiel komplett von vorne an. Oh, ja, genau. Real life. Standard-Spielzeit 10 Stunden. Ne, wahrscheinlich 20 oder so. Du konntest übrigens mit E ducken. Achso. Ja gut, aber es geht auch so anscheinend. Oh, hi. Oder auch nicht. Da hat er sich umgedreht. Oh, schade. Ungünstig, ungünstig. Ich weiß nur nicht an wen. Ich glaube, ein Schauspieler. Verdammt. Wie viele Schäufe sind da drin? Keine Ahnung. Hör auf. Nein, ich brauche dich, Johnson zu holen. Vielleicht sollten wir mal... Ah, ich glaube ich... Okay, warte mal. Wir können an dem Felsen so lange kriechen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Oh. Das klappt nämlich. Das war einfach. Das ist eigentlich ganz easy. Man muss es nur wissen. Äh, ich kriege gar nicht ganz Zeit an. Okay. Okay, runter. Tschüss. Da kommen noch mehr, garantiert. 100 pro. So wenig los im Chat, ja. Aber das ist ja auch gerade spannend. Ich glaube, die lurken gerade viel, weil das so spannend ist. Das ist gut möglich. Das war mir auch so, alles gut. Ja, ich bin auch. Ich würde jetzt auch mich zurücklehnen und vielleicht meine Popper. Ja, ja, genau. Kann man da rum? Das ist wirklich wie ein Film. Boah, ich würde jetzt voll gerne irgendwie hier runterklettern. Oh, ja. Aber. Lass mich raten, wir müssen irgendwann ins Wasser springen, oder? Irgend so was. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, Sherlock. Was? Sherlock? Achso. Keine Ahnung, Sherlock. Das ist so weit. Wie lange du denkst, wir sind hier raus? Wie lange es dauert, um uns zu fangen, dann sind Fugitives, ich glaube. Ja, und essen nebenbei Top-Larone. Oh, lecker. Oh. Ich fang an, oh Gott, diese Futpackung. Gehen wir. Oh, ich habe das Gefühl, dass einer rechts, einer links und wieder... Äh, ja. Ja, auf der rechten Seite. Glaube ich. Einfach den Stream genießen. Ja, genau. Mach das. Das ist wirklich wie so ein Film, durch den du durchgehst wieder. Wirklich, wirklich. So. Drei, zwei, eins und laufen. So. Perfekt. Aber wir töten sie nicht, wir sind nur bewusstlos. Ja, ganz bestimmt. Wir sind gute Knasties. Ja, ja, krass. Ups. Da ist der Bruch. Oder brechen wir das Genieb. Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Na gut. Kann auch sein. Ja, keine Ahnung. Puh. Ich bin mit 35, oh Gott. Meilen pro Stunde. Da müssen wir jetzt langsam machen, Kuppler. Ja, wieso bin ich jetzt hoch? Ich habe keine Ahnung. Dammit. Hey. Let's go that way. Und dann. Wir sollten uns nicht unter dem Bruch. What? No. It's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take his car. Crossfit. Ja, natürlich. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Wahrscheinlich schon. Welchen Weg wir gehen? Welchen Weg wollen wir? Wie geil ist das denn? Oh Mann. Wie geil ist das denn? What the fuck? Das erhöht noch mal um einiges den Wiederspielfaktor. Ja, definitiv. Ja, wir können ja auch im Nachhinein dann einfach nochmal ein paar Wege nochmal machen. Also, oder Kapitel nochmal machen. Muss ja nicht theoretisch das ganze Spiel spielen. Nein, theoretisch schon, ne? Könnte man machen. Aber wir machen das erst einmal selbst. So, also, also über die Brücke gehen wir natürlich voll Action. Also, das wird dann natürlich aber auch mega auffallen. Ich denke mal, unter der Brücke ist aber nicht wirklich weniger Action. Ja, stimmt. Weil das mehr so schleichend ist, ne? Unter der Brücke. Das ist die erste Hälfte, ja, genau. Boah, wie geil ist das denn gemacht? Das ist schon cool. Kugler, entscheide du. Ich? Ja. Weltreiterin. Ein wunderschönen guten Abend. Willkommen zu dir. Also, ich bin ja eigentlich eher so der Sneaky-Typ, der eigentlich unten drunter durchfällt. Also, da so. Da so. Wir müssen uns übrigens für, ich denke, wir müssen beide einig sein, naja. Wuii. Das wäre eher, oder? Endgene Version. Ah, ja, okay. Ne? Ich komm gar nicht. Ich kann nur rechts oder links. Das ist eine Frage, ne? Dann bleib ich oben. Ich weiß nicht. Wollen wir mit der Brücke machen oder wollen wir über Brücke? Ja, wir müssen ja auch irgendwas mit der Brücke machen. Wollen wir mit der Brücke oder die Brücke? Wollen wir die Brücke oder die Brücke machen? Hm. Was sagt der Chat? Der Chat ist eingeschlafen. Ich will nur mal gucken. Vielleicht sind ja noch ein paar wach. Was würdet ihr dann lieber sehen wollen? Das ist so die Frage. Was würdet ihr denn erst sagen? Können ja mal ein bisschen den Chat mit interagieren. Natürlich. Action. Sagt Bia. Wow. So, eins zu eins. Vielleicht kommt noch was. Hm. 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 Es ist halt, es ist halt schwierig. Drüber. Drüber. War, es ist zwei, zwei, zwei ist es gewesen. Hm. 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 Was sagt es denn aus? Jessica, was sagst du? Eingeschlagen. Zum WD-Eck schon hier gewesen. Bitte? Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Es ist ja eigentlich egal. Weil ich denke mal, wir werden bei beiden Wegen, wir werden mal irgendwie weiterkommen. Münze werfen, wow. Ernsthaft? Kann Google eine Münze werfen? Warte, ich habe eine Münze. Sonst hätte ich jetzt gesagt, so, so, so. Aber man sieht es nicht. Okay, Google. Kann ich irgendwo werfen? Wirf eine Münze. Warte. Achso. Du hast aber nicht gesagt, wer ja Kopf und Zahl hat. Kopf. Aber ich weiß, dass es Kopf ist. Okay, stimmt. Hätten wir vorher aushaken müssen. Ähm. Ich sage jetzt einfach mal, über die Brücke gehen ist Kopf. Okay. Okay, Google. Wirf eine Münze. Kommt sofort. Kopf. Okay. Achso, über die Brücke. Ah, müssen wir es nochmal spielen irgendwann. Alles gut. Keine Ahnung. Dann mach mal Action. Oh. 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 Ja, sorry. Okay, wir müssen jetzt die Wache ausschalten. Ich möchte auch in... Hi. Ich nehme das Auto. Oh, jetzt wird bestimmt voll wie GTA jetzt. Oh, 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 oh. Das ist eine Open World jetzt noch. Oh. Warum muss ich rücken? Also, rücken. Back. Ich muss mich auswählen. Muss ich mich jetzt ernsthaft selber auswählen? Ja. Du wolltest den Weg nehmen. Deswegen musst du jetzt fahren. Ach, du. So. Es tut mir leid. Move, 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 already. Ja, ich mach doch schon. Ich glaube nicht, dass du ihn umfahren darfst. Achso, ich muss, ich muss ihn umfahren. Ja. Fast. Jetzt wollte ich einmal mal böse sein. Hm. Na gut, okay. Also, wir müssen unauffällig sein. Also, wir haben doch nicht so viel Action. Vollgas geben. Oh, ja, so. Achso. Nein. Nein. Hast du das Rückwassge eingelegt? Ich hab Vollgas gegeben. Over there! Oh. Oh. Äh. Äh. Out of way! Warte. What the fuck? Put your hands where I can see them. Now! I got a 1098. Ah, schön. Ja, gut, das war's, wer. Erstmal, alles gewackelt. Okay, ich kann also schleichen, also Schleichtempo fahren und Vollgas geben. Ich warte mal noch mit Vollgas. Ich denke mal, du musst eher rechts lang, kann das sein? Oh, oh. Äh. Das war ich. Äh. Okay, wir sind gut für jetzt. Warte. Oh, Scheiße. Na toll. Wie ist das? Beide auf, wir werden getroffen. Oh, nein. Du hast eine Fahrschule. Hä? Ah, der hat mich gesehen. Ich hab ein 1098. Nee, ich hab gedrückt gehalten. Also, entweder haben sie mich einfach so gesehen. Dann muss ich ihm Vollgas geben. Das kann schon sein. Ja, klar, dadurch, dass der direkt neben mir dann steht, im Hintergrund. Hm, gut. Geh, 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 geh. Bleib ruhig. Bleib auf dem Kurs. Du hast das. Du hast das, Baby. Du hast das, Baby. Oh, Scheiße. Ja, warte einen kleinen Moment, aber ich glaube, dann musst du wirklich Vollgas geben. Denk ich mal. Ja, ja, der kann uns den Vollgas geben. Ja, ja, ja. Oh, ich glaube. Okay, doch, gut. Das sieht gut aus. Die Steuerung ist ein bisschen dezent, Kacke. Oh, oh. Au. Aua. Ich hab mir was verstaucht. Oh, ich hab mir meine Hand verknackst. Ach, Mensch. Ich hab mir in meinen kleinen Ziel gestoßen. Alter. Ich hab grad was gedroht. Oh, oh. Oh, oh. Run, run, run! Run. Fuckin' Dots. Are you serious? Voll dabei. Achso, ich bin ja wieder rechts, verdammt. Ja, ja, ja. Just keep running. Oh, trust me. Du bist an der anderen Weg, ne? Ja. Oh, ich bin hinter dir. Das kann auch sein. Oh, ich bin hinter dir. Das kann auch sein. Oh, shit. Oh, nein. Mein Phenomenal ist abgebrochen. Hurry up. I hate dogs. I hate fucking dogs. Oh, oh. Fuckin' dogs. I hate you. Oh, oh. Let me go. Let me go. Oh, oh. Oh, shit. Oh, oh. Komm her, Leo. Los, komm her. Komm her. Komm her. Okay, warte, warte. Der. Ah, was? Was? Alter, episch. Das war jetzt wesentlich schwierig, aber es war episch. Es sah episch aus. Ich würde sagen, 1 zu 0 für uns. Wobei 2 zu 0. Oh, shit.